Wie ich mich fühle, wenn ich mich mehr im Fernsehen sehe. Ich würde mich ein Stück weit stolz fühlen und ich wäre sehr dankbar. Ich würde sicher mehr Leute darüber diskutieren, ich würde mehr darauf angesprochen werden. Die Schweiz würde sehen, was für Potenzial im Frau-Fussball ist und was wir tagtäglich leisten. Wenn das Spiel von uns übertragen wird, glaube ich, dass es auch Leute sehen, die vielleicht am durchzappen sind, die nicht wissen, was sie am Abend machen sollen und dann auf uns stossen und dann vielleicht doch mal 5 Minuten reinschauen und merken, die können doch etwas. Und so gewinnen wir einfach einen Fan nach dem anderen. Ich habe immer gesagt, ich spiele sicher so lange Fussball, bis ein Spiel von mir im Fernsehen gezeigt wird. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.